Wir haben das Bällchen gefangen. Wir haben das Bällchen gefangen. Asteroiden. Hier war er schon weg. Oh nö. Vor der Nase weg. Vor der Nase weg. Aber immerhin ein paar mal gekriegt. Es ging wirklich sehr schnell. Im Port habe ich es noch gehört. Aber da war es schon zu spät. Richtig gefreut hätte ich mich wenn es zuhause gewesen wäre. Und das hätte man nicht so richtig absaugen können. Aber immerhin. Nicht meckern. Wir haben welche gekriegt. Und wir haben sie gerade auch dringend gebraucht. So jetzt können wir die wieder rausholen. Dann gehen wir noch mal was trinken. Aber so eine Viertelstunde könnten die ruhig liegen bleiben. Hätten wir uns jetzt richtig voll machen können. Ach. Aber dass ich mich ärgern muss. Schwierig. Eigentlich müsste ich mich ja freuen, dass ich jetzt wesentlich mehr von den Dingern gekriegt habe. Und wir brauchen sie auch gerade. So. Drohnenstation. Ein Aulu. Da können wir uns wieder einen Superleck-Stab bauen. Und jetzt haben wir ein paar da. Schön. Fein. Ja. Ich freue mich auch mal. Subi. Subi. Daumen hoch. So. Jetzt braucht man noch dafür Osmium-Stab. Gucken erstmal noch der Kernfusion wieder. Äh. Oxidion. Eins. Zwo. Und zwei drei Pulsor-Quartz. Dann haben wir jetzt zwei Osmium. Drei Leiterplatten. So. Kernfusionszelle. Und Osmium-Stab. Genau. Dann bauen wir uns die Drohnenstation. Hier eine Hecke. So viel dazu. Drohnenstation öffnen. Container. Drohnenlogistik. Hier kannst du die schnelle Drohne 2 bauen und die Drohne 1. War hier nicht schon von Anfang an immer eine Drohne mit drinne? Komisch. Okay. Deh ... Sollen wir reinstecken? Uhh. Pulsor-Quartz. Flecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer darf rumzuspinnen? Ich mag sowas nicht. Alter! Ja vorhin, wieso? Jetzt zeigt er dir, wie weit. Nö. Es ging die ganze Zeit einfach frei hier. Das ist da jetzt nicht von... Auf de laufe drauf, jawoll. Das heißt wir müssen uns da noch mal irgendwann ein Cluster suchen. So, was hatte ich? Hier hatte ich Drohne. Ist noch keine drin, heißt wir müssen Drohnen bauen. Anweisungen werden dann hier gefiltert. Bauminister eine Drohnenstation. Stelle mindestens eine Drohne her. Ja, ja, Zahnreuzsymbol, das ist. So, das war das schon. Okay. Raketentriebwerke? Okay. Uiuiuiui. Zwei Raketentriebwerke. Wollen wir noch einstecken. Superleg, meine ich. Ach, na guck. Jetzt hab ich nicht mehr nach dem Rest geguckt. Jetzt hab ich so überfordert. Zwei Leiterplatten, zwei Schwarzpulver, kriegen wir auch noch hin. Huuuuhu. Da waren sie auch, Alter. Und rockzuck ist der Schwefel weg. Nett, 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 nett. Die Drohnen funktionieren. Mapweit. Und da haben wir unsere erste Drohne. Da baut er sie zusammen und da haben wir die zweite Drohne. Ich glaube, hiermit kannst du herrufen. Ach ne, Angebote, Nachfrage kannst du dann gucken. Und Prioritäten einsetzen. Oh, nice. Ich glaube, das kommt es bei mir früher noch gar nicht. So. Und was wir nämlich jetzt machen können, ist zum Beispiel hier hinten bei den Eigensagen Nachfrage Algen. Das ist da. Dann müssen wir da hin, wo die Algen herkommen. Und sagen, Angebote, Alge. Das wäre der hier. Kannst du gar nicht sagen. Das ging aber. Also Algen haben sie wirklich gebracht. Sind die dann losgedüst und haben Algen geholt. Siehst du? Sind leer. Sind beide unterwegs. Zack. Da. Hast du gesehen. Wie eine einkam. Und wie hier eigen reingeliefert werden. Kann ich hier mal was raus trinken. Dann wollen wir mal hier kurz stehen. Sollen wir mal so eine Drohne sehen. Ihr wisst schon, dass ihr T2 Drohnen seid, oder? Schnelle Drohnen. Da. 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 Schick. Da haben sie zwei neue gebracht. Und je mehr Drohnen du hast, umso besser und schneller geht das natürlich. Und deswegen möchte ich mit euch auch so eine Eigenproduktion aufbauen. Und die können wir eigentlich gleich oben aufbauen. Da bauen wir den Outdoor Hersteller ab. Bauen den oben auf. Hier gibt es ja kein Damage. Da brauchen wir ja keinen extra Raum aufbauen. Da bauen wir die ganze Geschichte hier oben auf. Stellen uns die Bakterienproben her. Dafür brauchen wir nur Wasser und Eigen. Schmeißen die Bakterienproben in einen Schrank. Am besten hier irgendwo gleich daneben. Kannst du das bitte abbauen? Das war schon ein Zweier. Steh die mal da hin. Das Überleg kann man einstecken. Brauchen wir nur noch. Brauchen wir nur noch eine Leiterplatte. Nehmen wir mal mit. Bauen wir mal ab. Hm. Brauche ich da drüben nur große Schränke auf? Ja. Was brauchen wir noch? Wasser. Ok. Ich möchte einen großen Schrank haben. Zum Befüllen hier weißt du. Warte. Das geht schon so schräg daneben. Hier rausnehmen. Da reinsetzen. Ui. Das ginge sogar so. Ok. Hier hast du gesehen, was hier reingeht. Hm. Alles klar, ne? Jetzt. Dann bauen wir hier. Autobaummaschine auf. Runtergeplumpst. Toll hat er es gemacht. Toll. Stell ich mich bitte hier an die Seite. Warte. Wenn ich da einen Schrank gebaden darf. Muss auch der Autohersteller hier. Achso. Wahrscheinlich nur nicht so nah dran stehen. Autohersteller. Und du baust mir Bakterienproben. Du hast mir gezeigt, was du brauchst. Algen und Wasser. Warte mal. Du hast. Angebot. Bakterienproben. Du hast. Angebot. Nachfrage. Bakterienproben. Du hast. Da steht sogar drin, was er baut. Cool. Müll. Du hast. Doch. Können wir bauen. Mal kurz sagen. Wieso darf ich hier nichts drauf stellen? Okay. Du hast. Algen. Mist. Hm? Ich hab wieder zu dicke Finger. Hab ich im Original. Du hast Algen. Nachfrage. Bauen. Nein. Nur weil ich Hunger hab grad. Nur weil ich Hunger hab grad. Algen. Bauen. Ja. Haben wir noch einen? Jawoll. Haben wir noch. Wasser. Ich find die Dinger so geil. Die Schränke. Das sieht so cool aus. Nachfrage. Nein. Ja. Nachfrage. Wasser. Wasser. Schon doch. Nachfrage. Wasser. Nachfrage. Eigen. Wasser. Und Algen sind hier. Nachfrage. Wasser. Nachfrage. Algen. Wasser. Nachfrage. Das Ding ist, liefert der dann eins zu eins, ansonsten haben wir hier immer nur Algen und Wasser drin. Ach, da macht nur Algen, deswegen. Ah, hier hat er jetzt auch schon meine Algen reingepackt. Ja, er kann auch nur Algen machen. Natürlich, ich muss ja hier eingeben, Angebot Wasserflaschen, dass er sie hier auch rausholt. Angebot Wasser. Angebot Wasser.